Ich möchte jetzt nach Heidelberg reisen und den Herrn Gredler ganz herzlich noch mal begrüßen. Felix Gredler ist auf der einen Seite seit 2014 Verbindnis 90 Die Grünen im Heidelberger Gemeinderat und ist dort ganz engagiert im Bereich der Themenfelder Kultur und Kreativwirtschaft, Mobilität und Digitalisierung. Er wird uns jetzt gleich über das Projekt Bahnstadt Heidelberg berichten. Und das Spannende ist, dass er auch ganz persönlich in dieses Projekt involviert ist, nämlich als geschäftsführender Gesellschafter der sogenannten Halle 2 in Heidelberg. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Kultureinrichtung, die dort in diesem Quartier ist. Das wird er uns gleich bestimmt auch noch mal näher erläutern. Und das ist natürlich total spannend, wenn man so einen Katalysator für eine Quartiersentwicklung schon mal in so einem Quartier hat Die Nutzungen, die dort angeboten werden, auch so ein Charakter von gemeinschaftlichem Zusammenkommen und Zusammenhalt in so einer Kultureinrichtung. Das ist ja wahnsinnig wichtig für so ein neues Stadtquartier. Und insofern freue ich mich total auf seinen Vortrag und übergebe ihm jetzt das Wort. Ja, schönen guten Morgen aus Heidelberg. Vielen Dank für die Einladung. Viele von Ihnen kennen Heidelberg vielleicht so, wie Sie es jetzt hier auf dem Bild sehen. Aber es soll heute gehen um die Bahnstadt. Auch Heidelberg ist stark am Wachsen. Deswegen haben wir eine neue Stadtquartier oder einen neuen Stadtteil gegründet. Nur voraus schon mal schieben, wenn Sie auf den Folien einigermaßen viel Text finden, dann ist das nicht immer alles unbedingt relevant. Ich habe dafür die Schnellleser noch ein paar extra Infos immer eingepackt und wollte zuerst einmal vorstellen, was wir mit der Bahnstadt gebaut haben und später noch mal ein bisschen auf die Kritikpunkte eingehen und was wir daraus gelernt haben für die Entwicklung von zukünftigen Stadtprojekten. Wurde kurz vorgestellt, bin Stadtrat in Heidelberg und tatsächlich wohne, lebe und arbeite in der Bahnstadt. Insofern vielleicht auch ein bisschen befangen an mancher Stelle, aber natürlich intensiv da drin. Und ich betreibe tatsächlich dort ein großes Veranstaltungshaus, die Halle 02 mit über 200.000 Besuchern im Jahr, die tatsächlich als eines der letzten einzigen Gebäude, das vorher schon stand, integriert werden konnte auf diese Fläche. Das ist eine Gesamtfläche von 116 Hektar. Man sieht rechts oben hier im Bild die Heidelberger Altstadt. Das heißt, ungefähr die gleiche Fläche direkt unter dem Hauptbahnhof in Heidelberg gelegen. Und war ein ehemaliger Güterbahnhof, der dann eben nicht mehr genutzt wurde und der dann sozusagen komplett aufgekauft wurde von der DB Aurelis. Es gab einen städtebaulichen Wettbewerb 2001 und wir haben dann daraus als politisches Steuermechanismus eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme gemacht und dort eben, das vielleicht die Besonderheit, komplett den Passivhausstandard festgelegt. Wir haben quartiersweise Bebauungspläne gemacht und haben insgesamt aber diese Flächen hauptsächlich auch mit einem privaten Entwickler, nämlich der Landesbank Baden-Württemberg, der Sparkasse und der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, erworben und dann eben gemeinsam umgebaut. Klang gerade schon an. Bei uns hat es noch nicht so ganz gut geklappt. Komme ich später noch mal zur Kritik. Obwohl wir zentral Hauptbahnhof sind, konnten die zwei neuen Straßenbahnlinien erst relativ spät in Betrieb genommen werden. Aber wir sind natürlich trotzdem relativ zentral und haben insofern in Heidelberg grundsätzlich einen sehr guten Modalsplit. Wir haben ansonsten in der Infrastruktur zum Beispiel auch eine sensorgesteuerte LED-Beleuchtung eingebaut. Das heißt, die spart möglichst viel Energie, aber ist trotzdem sehr effizient, was die Beleuchtung vor allem zum Beispiel von Fahrradwegen auch angeht. Und haben natürlich den kompletten Stadtteil Glasfaser gelegt. Wir haben die ersten Bewohner seit Juni 2012. Wir haben im Moment 4846 Einwohnerinnen. Es sollen 6800 werden. Die durchschnittlichen Mietpreise, ich habe deswegen hier mal warm und kalt verglichen, sind bei 11,50 warm. Wir sind ja im Passivhausstandard, da kommt ja relativ wenig Nebenkosten dazu. Im Durchschnitt in Heidelberg, die Mieten liegen bei 9,40 Euro Quadratmetern kalt als Orientierung. Wir sind tatsächlich, Herr Heidelberg, weiß nicht, vielleicht nicht jeder, die jüngste Stadt Deutschlands und tatsächlich die Bahnstadt mit einem Altersschnitt von 29,1 Jahren, der jüngste Stadtteil auch in unserer Stadt. Insofern würde ich jetzt mal sagen, der jüngste Stadtteil in Deutschland. Wir haben tatsächlich jetzt eine hohe Geburtenrate. Wir haben eine Grundschule gebaut, Kitas, weil es ja vorhin auch anklang, was findet alles statt im Stadtquartier hier. Wir haben 20 Prozent sozial gebundenen Wohnraum. In Folgeprojekten haben wir da wesentlich mehr. Und wir haben einen aktiven Stadtteil, vor allem mit Kulturangeboten im Stadtteil und natürlich sehr hochwertige Kinderschutzplätze. Was wir auch haben, ist im Campusbereich. Wir haben ein Kultur- und Veranstaltungszentrum. Das sieht man jetzt hier, das eben da weiter umgenutzt wurde. Wir haben eine hervorragende Nachversorgung und auch funktionierenden Einzelhandel integrieren können. Hat natürlich auch damit zu tun, dass es relativ stadtnah gelegen ist. Das ist insofern auch tatsächlich ein Anziehungspunkt, zum Beispiel auch mit den Freianlagen, ist für die Gesamtstadt. Wir bauen gerade ein neues Konferenzzentrum. Auch da am neuen sozusagen Ausgang des Hauptbahnhofs. Das soll 2022 fertiggestellt werden. Und wir haben insgesamt sollen dort 6000 Arbeitsplätze erstehen und sind teilweise schon entstanden. Und auch in einem Campusareal, sozusagen nicht nur universitäre Einrichtungen, sondern eben auch forschungsnahe Einrichtungen, die dort angesiedelt sind. Besonderer Fokus ist ja bei uns eben das Thema Ökologie und Energie. Die Grundlagen, die wir festgelegt haben, waren eben Strom und Wärme einmal aus 100 Prozent erneuerbaren Energien und den verpflichtenden Passivhausstandard für alle Gebäude. Das heißt, egal ob das das Bauhaus ist, das gebaut wird, Gewerbebauten oder auch Wohnhäuser, alle im Passivhausstandard. Wir haben ein Regenwässermanagement über die Dächer vor allem erreicht. Wir haben Smart Meter eingebaut, eine extensive Dachbegrünung und einen verpflichtenden Fernwärmeanschluss von allen Gebäuden für die Restenergie und Wärmeenergie, die dann gegebenenfalls noch gebraucht wird. Auch im Bereich Artenschutz und Biodiversität wird eine große Umsiedlungsaktion von den vorherrschenden, zum Beispiel Eidechsenarten, vorgenommen und da intensiv auch neue Biotope direkt in der Umgebung geschaffen. Wir haben das Ganze auch begleitet mit einer Studie, Energiemonitoring und haben eben sozusagen kontrolliert, funktioniert tatsächlich diese Passivhausbauweise? Wie ist der Heizwärmeverbrauch und der ist im Mittel, tatsächlich im wirklichen Mittel bei 18,3? Eigentlich müsste er theoretisch bei 15 sein, aber es ist ja tatsächlich in der Realität jetzt wirklich was Funktioniertes. Die Frage war auch, ist der Stromverbrauch eben größer jetzt in dem Passivhausstandard, weil da relativ viele Lüftungsanlagen oder ähnliches betrieben werden können. Das wurde da ausgeschlossen und so haben wir sozusagen tatsächlich in Heidelberg gegenüber der sonstigen Gesamtbürgerbilanz 94 Prozent CO2-Einsparungen über diesen Passivhausstandard erreicht. Ich hatte es gesagt, ich wollte kurz erklären, was wir gemacht haben und dann jetzt eigentlich auch schon mal drauf kommen, was haben wir auch daraus gelernt, indem wir uns darauf konzentriert haben für zukünftige Projekte. Passivhaus hat natürlich zum einen ein paar Vorteile, wie eine Unabhängigkeit von Energiepreisen, tatsächlich auch einen verbesserten Schallschutz, Baukostenersparnis. Das ist theoretisch da wegen nicht so hohen Investitionen in Heizungsanlagen oder ähnliches, hat aber natürlich auch andere Kosten und eben vor allem den geringen Wärmedarf. Was jetzt aus politischer Sicht zu sagen ist, ist natürlich auch, dass es klare Kriterien für die Verwaltung und für die Bauträger gibt. Dieser Standard muss eingehalten werden gegenüber dem, was wir jetzt vielleicht in Zukunft auch machen. Denn die Nachteile sind aber dennoch eben, es wird nur der Fokus auf die Wärmeenergie gelenkt. Die graue Energie auch in der Herstellung von Baumaterialien, vor allem für diese Erreichung dieser Wärmedämmung, wird nicht betrachtet und es ist oft anfällig eben für die Technik und es muss besonders gut ausgeführt werden. Ansonsten funktioniert das eben nicht oder hat sogar noch Nachteile. Meiner Meinung nach bei vielen positiven Dingen, die in der Bahnstadt funktioniert haben, also wir haben eine sehr hohe Nachfrage hier in der Bahnstadt, eine sehr hohe Lebensqualität, auch eine Aufenthaltsqualität in den Bereichen, war dennoch, dass ein bisschen wenig, meiner Meinung nach zu wenig Mut bei der Entwicklung damals gab. Man ging tatsächlich davon aus, dass nicht sicher ist, dass dieser Stadtteil funktioniert und hat deswegen ja auch, hatte ich vorhin kurz erwähnt, die finanzielle oder die Verantwortung teilweise abgegeben an private Entwickler relativ viel. Man hat sehr große Baufelder in die Entwicklung gegeben bei der Vergabe und hat sich eben sehr stark auf die Erreichung dieses Passivhausstandards konzentriert. Und tatsächlich sind einige dieser Punkte auch verantwortlich dafür, dass es eine relativ hohe Miete gibt. Ich will jetzt nochmal die Kritikpunkte aufzeigen und dann eben nochmal, was wir dafür gelernt haben. In Heidelberg gab es ja einen großen Stützpunkt der amerikanischen Streitkräfte, die abgezogen sind, insofern noch viel Potenzial, das wir jetzt gerade entwickeln. Wir sehen hier, auch wenn hier eintönige Architektur steht, einen meiner Meinung nach relativ gut gelungenen Beispiel zur Architektur, wie es gehen sollte. Aber in vielen Bereichen hat es eben nicht so gut gekleppt. Und auch die geringe soziale Durchmischung aufgrund der hohen Preise wird kritisiert. Wir haben viele Fördermaßnahmen, die gar nicht genug abgerufen werden, aber ist natürlich erst im Nachhinein passiert. Eine Subjektförderung und dadurch ist es nicht ganz gelungen, die soziale Durchmischung zu erreichen, wie wir sie wollten. Es gibt zu wenig Ladeinfrastruktur für E-Mobilität in den Wohnungen. Und tatsächlich auch bei dem Grünflächenanteil, wir haben ja sozusagen versucht, wegen möglichst wenig Flächenverbrauch auch eine hohe Dichte zu erreichen, ist in Kritik. Ich habe vorhin gesagt, dass es gerade für die Artenvielfalt und für die Biodiversität viel getan wurde. Was nicht gemacht wurde in diesem Bereich, ist, dass bislang auf Photovoltaik verzichtet wurde. Man hatte damals noch angenommen, dass es sich nicht mit der extensiven Dachbegrünung so gut verträgt. Es wird jetzt nachgerüstet. Und man hat tatsächlich nicht auf Wärmepunkte gesetzt. Der ganze Stadtteil wird, weil es damals auch noch nicht so große und effiziente Anlagen gibt, dieses Ziel war ja auch, den Energiemix mit 100 Prozent nachhaltigen Energien auf den Strom zu besorgen. Und deswegen haben wir da ein Holzkraftwerk gebaut, das dann sozusagen den Strom CO2-neutral und auch eben die restliche Wärme für die Bahnstadt liefert. Auch die Radinfrastruktur, wir haben in Heidelberg, hatte ich vorhin gesagt, sehr hohen Anteil auch am Umweltverbund, ist mittlerweile schon zu gering dimensioniert, was eigentlich Erfolg ist. Aber natürlich jetzt schon uns davor die Aufgabe stellt, da nachzurüsten. Und tatsächlich haben wir auch einen zu hohen Autoanteil, weil der ÖPNV-Anschluss relativ spät erst dazugekommen ist. Ja, wir haben zwei Projekte, wo wir uns jetzt aus den Erfahrungen lernen können. Insofern war es erfolgreich auch zu überlegen, dieses Projekt mal durchzuführen. Wie passiert das jetzt weiter? Das ist einmal Patrick Henry Village und das Gelände vom US Hospital. Die sind ungefähr, also Patrick Henry Village, doppelt so groß, nochmal wie die Bahnstadt. Da wollen wir eben jetzt uns weiterentwickeln. Zum einen eben statt dem Fokus auf Passivhaus eine ganzheitliche Betrachtung des Quartiers zu übernehmen, vielmehr auf das Thema Mobilität auch noch Wert zu legen. Die Energiegewinnung im Quartier, Überwärmepumpen etc. viel stärker noch zu forcieren. Und aber auch das Thema graue Energie und sogar auch die Geräte, die elektronischen Geräte im Privathaushalt stärker mitzugestalten. Wir werden dort ein neues Fernwärme- und wechselwarmes Netz machen. Das ist sozusagen auch ein zentrales Element, um die Energiekreisläufe in diesen neuen Stadtquartieren aus der Erfahrung der Bahnstadt eben noch besonders effizient zu machen. Insofern wollen wir da einen Eigenversorgungsgrad von 53 Prozent erreichen. Und was eben gerade hier noch in Diskussion ist bei der neuen Entwicklung, ist tatsächlich, was ist der Grundstandard von Wärmedämmung? Können wir da auch von Passivhausstandard ausgehen oder ist es ein gewisser KfD-Standard, auf dem dann grundsätzlich das aufbaut und eben diese weiteren Punkte dazukommen? Da sieht man mal, wir gehen da sehr ambitioniert dran. Ist natürlich jetzt im Detail schwierig zu blicken. Ich wollte nur damit mal zeigen, wir haben da sozusagen ein sehr ausgekügeltes Wärme- und Energiekonzept, das im Stadtteil sozusagen funktionieren soll. Und sozusagen die Weiterentwicklung ist von dem, was wir im Stadtteil entwickelt haben. Damit will ich schließen mit einem Foto genau von der Bahnstadt. Wir haben tatsächlich auch so einen kleinen Fluss oder Flussähnliches angelegt, das auch sozusagen zeitgleich für die Wasserretention gütig ist. Das heißt, hier wird eben die Versickerung gemacht und ist tatsächlich eine hohe Aufenthaltsqualität auch im Sommer zum Beispiel für eine sehr attraktive Aufenthaltsfläche. Soweit. Vielen Dank. Super, Herr Gredler. Ganz, ganz herzlichen Dank auch für dieses spannende Input. Und besonders cool finde ich ja daran, dass Sie jetzt wirklich die Erfahrungen, die Sie aus der Bahnstadt gewonnen haben, auch gleich schon wieder in neue und weitere Projekte einfließen lassen können. Das ist, glaube ich, sehr gut, wenn sich die Stadt auch da bewusst ist. Man muss daraus lernen. Man kann heute Dinge anders tun. Man hat neue Erkenntnisse gewonnen. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Mich würde nochmal mit Blick auf Ihre Kultureinrichtung interessieren, inwiefern die dann so als Quartiersmitte oder Zentrum wahrgenommen wird. Spielt das eine Rolle vielleicht auch jetzt gerade in der Corona-Pandemie? Oder wie stark sind Sie in dieses Quartier eingebunden da? Ja, es war tatsächlich ein Wagnis, wo wir uns auch nicht sicher waren, ob das so funktioniert mit dem Einbinden. Und tatsächlich wurde da zum Beispiel der Stadtteilverein auch für diesen neuen Stadtteil gegründet. In der Anfangsphase, also es war tatsächlich der erste Treffpunkt, den es gab. Wir haben ja auch bei uns einen Biergarten zum Beispiel noch dabei und ein Restaurant. Und es schafft dann sozusagen auch alltägliche Treffpunkte, aber bietet natürlich auch für alle größeren Veranstaltungen hier im Rahmen für den Chor, der sich gebrochen hat und so weiter, für Auftrittsmöglichkeiten. Und wird natürlich auch mit der umliegenden Außenfläche sehr stark als identitätsstiftender Faktor sozusagen wahrgenommen. Allein auch mit dem Gebäude, das sozusagen so ein bisschen das noch ausstrahlt, weil ja relativ viel neu ist. Insofern hat es ganz gut funktioniert, trotz der Angst, dass es eben zu großen Lärmkonflikten kommen könnte. Sehr spannend. Genau, das ist ja oft so ein Knackpunkt. Aber ja, schön, wenn man in so einem großen Neubauquartier wirklich auch ein historisches oder ein altes Gebäude hat, was man integrieren kann und was da ja dann andere Alleinstellungsmerkmale und einen anderen Charakter auch in baulicher Weise reinbringt. Ich gucke mal hier ganz kurz auf die Fragen. Da war eine Frage, die fand ich sehr spannend, nochmal auch zur Zusammensetzung der Bevölkerung. Ich glaube, viele Leute hatten ein bisschen verwundert, dass Heidelberg so einen niedrigen Altersdurchschnitt hat. Oder ist das jetzt nur die Bahnstadt? Oder ist das die gesamte Stadt? Heidelberg hat natürlich damit zu tun, dass wir eine sehr große Universität auch haben. Und viele von denen angemeldet sind grundsätzlich. Und dadurch gab es dann immer wieder eben Umfragen, dass es im Moment eine der jüngsten oder die jüngste Stadt ist. Und in der Bahnstadt ist es tatsächlich auch so, da wohnen viele junge Familien, viele Studenten, die da frisch hingezogen sind. Und oft mischt es ja später. Wir haben auch sozusagen jetzt die höchste Geburtenrate in der gesamten Stadt, obwohl der Stadtteil ja im Verhältnis relativ klein ist. Ja, und gab es aber auch spezielle Angebote für ältere Menschen, Seniorenwohnen oder generationenübergreifendes Wohnen? Nicht so viel, aber der Vorteil ist natürlich, dass alles barrierefrei ausgebaut ist. Ah ja, okay. Also sowohl im Stadtteil als auch alle Wohnungen als komplette Vorschrift. Alles barrierefrei erschlossen ist ja eigentlich im Prinzip eh Standard. Und dadurch, dass ja alles neu gebaut wurde, mit jedem Supermarkt und so weiter, hat man da natürlich schon eine Infrastruktur. Ist aber immer schwierig in der Anfangszeit, wenn noch nicht alles fertig ist. Diese Infrastruktur muss ich vielleicht zum Supermarkt. Und das ist natürlich auch ein Händnis gewesen gleichzeitig. Insofern ist das vielleicht nicht so stark ausgeprägt noch. Okay, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, nein, auch nochmal das Thema, das hatten Sie als Kritikpunkt, den fand ich sehr spannend. Diese großen Baufelder, die vergeben wurden und dann zu einer gewissen eintönigen Architektur führen. Vielleicht können Sie da noch ganz kurz zwei, drei Sätze, weil das ist ja spannend, wenn wir nachher auch nochmal sprechen über verschiedene Akteure, die die Dinge bebauen, um da eine Vielfalt zu schaffen. Ja, tatsächlich hat man relativ, man hat es ja über einen privaten Entwickler zum Teil vergeben. Und das sind relativ große Projekte an viele Private, die dann auch gleich wieder verkauft haben. Ah, okay. Insofern gehe ich davon aus, dass tatsächlich das ein Grund, also genau weiß man es ja nicht immer, aber wir gehen davon aus, dass das ein großer Bestandteil war. Wir haben natürlich auch einige Gebäudekomplexe mit unserer städtischen Wohnungsbaugesellschaft selbst entwickelt und da einen besonderen Augenmerk dann sozusagen darauf gelegt mitunter. Aber viele der Investoren waren eben scheinbar nicht so bereit, das zu machen. Und es gibt eine langgezogene Durchgangsstraße, die dann sozusagen an allem entlang führt. Und natürlich jetzt auch aufgrund der noch nicht so stark bewachsenen Bäume, das Bild noch verstärkt. Dadurch ist das natürlich der Kritik noch viel stärker in den Köpfen, als er vielleicht im Endeffekt ist, wenn jetzt mal da ein bisschen Zeit über den Stadtteil geht. Okay. Ja, spannend. Ganz herzlichen Dank dann jetzt erst mal für den Moment.